Servus, ich bin der Thomas und ich stelle euch heute die intelligenten Lösungen von Keller & Keimbach vor. Vielen ist K&K als Schraubenhändler bekannt, doch wir haben weitaus mehr Auflager als Schrauben. Natürlich könnte ich jetzt ausführlich die Technik und die Funktion hinter dem System erklären und was tatsächlich dahinter steckt. Der Ternok ist bidirektional, das heißt Bluetooth Low Energy, das heißt es braucht ganz wenig Energie. Die Energie ist hier drinnen, das ist eine Batterie, aber keine Standardbatterie, das ist eine Industriebatterie, damit die auch 10 Jahre hält. Und Ternok ist der Horror mit Details aufhalten, wenn für Sie nur eines wichtig ist, und zwar was Sie damit machen müssen. Und das ist nicht viel. Ihr hält dann nehmen und drehen. Einfach drehen. Das Geheimnis liegt in der Winkelveränderung. Das war's im Großen und Ganzen. Sie müssen nur das machen, was Sie immer machen. Und wir kümmern uns um den automatischen Nachschub. Und wichtig, nur drehen. Das war's im Großen und Ganzen. Vielen Dank.